... für Markus Hilf aus der Schweiz. Da wird reines Methanol eingespritzt in die Drosselklappen. Zum Anlassen wird das Ding deutlich angereichert und das machen die Teams. Jetzt ist es ein Rund, von der 2nd Städte. Sie haben auch einen Rund. Das ist ein Rund. Jawel, sie haben einen Rund. Markus hat gut, als auch immer. Sie hat einen Rund. Und er hat einen Rund. Das ist ein 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 Rund. Das ist der größte Traveller-Tuner in der Welt. Traveller-Tuner in Australien, New Zealand, South Africa, obviously in America, und auch in Europa, as well. So, es ist toll zu sehen hier. Auf gegen Urban-Jahansson, wie wir gesagt, Urban ran 6-0s, ob wir das Maschinen-Maschinen machen können. Und dann geht das Kombination wieder. Er hat 6.10 hier, ein Jahr ago. So, wir wissen, wie wir jetzt hier sind. ...die rechte Tür bei Urban-Jahansson und Markus Hilf ist raus aus dem Lauf, immerhin jetzt mit...